Wir müssen den Ölschmuggel stoppen. Hört auf, unsere Rohre zu zerstören. Sie werden undicht. Keine Verschwendung mehr. In Zukunft kein Abfall mehr. Wir wollen eine abfallfreie Zukunft. Wir sind hier, um uns zu entschuldigen. Wir verstehen euch. Aber ihr müsst auch verstehen, dass wir mit dem Wald unseren CO2-Fußabdruck kompensieren. Viele Konzerne machen das und auf den Planeten ist nur kaum noch Platz, um mehr Wälder zu pflanzen. Und kommt schon, wir können uns doch nicht für die Größe unseres Planeten entschuldigen. Ihr müsst euer Zuhause aufgeben. Wir verstehen euch. Ihr müsst euer Land verlassen. Wir verstehen euch. Aber so funktioniert Nachhaltigkeit, Wohlstand und Enthaltsamkeit. Es geht nur ums Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren. Durch unsere konsequente Reduktion wird die Erde gerettet. Wir sind hier, um uns zu entschuldigen. Aber wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir hier, dass wir, dass wir die Erde retten.